Okay, vielleicht gucken wir, wollen wir sie noch mal versuchen zu befreunden? Dass wir nicht so viele doofen Fragen stellen, sondern gucken, ich bin hier, um ihr zu helfen? Vielleicht sehr wir Freunde? Ja, probieren wir einfach mal. Dann können wir noch mal versuchen, sie erfolgreicher zu töten, wie das zweite Mal. Ja, aber warum? Weil sie eine Prinzessin ist, das ist keine Ausrede. Gut, wir haben die Teufelsform vorher gesehen, das wäre ein Anhaltspunkt, vielleicht ist sie Satans Tochter und damit geht die Welt zugrunde. Aber sie dann halt einzusperren und zu töten schien mir nicht die smarteste Idee, wenn sie die Tochter des Teufels ist? Wird er vielleicht eventuell was dagegen? Und nicht töten? Geh die Welt unter und nicht durchs Festhalten? Mit beides? Okay, bin immer gespannt. Das kann das, das? Du hast mir immer noch keinerlei Beweise geliefert, dass das, was du sagst, stimmt. Vielleicht wehren wir auch Best Buddies? Und retten die Welt? Wer weiß? Und du kriegst den Arsch aufgerissen? Vielleicht ist das... vielleicht ist das ihr Ex oder so, der Erzähler. Und der sagt, Digga, das ist meine Ex, die war voll Kacke zu mir, ich muss sie töten. Ja gut. Oh ja, vielleicht sind wir einfach okay damit, dass ich mir zugrunde gehe? Okay, okay, danke, dass du mir sagst. So part of the job. Das erste... Oh, das könnte auch so ein Twist sein. Er ist der Erzähler und erzählt Sachen wie sie in der Held und müssen halt so Hildensachen machen. Weil das sind Geschichten... ist das normal, dass das gemacht wird, was der Erzähler sagt. Und das fuckt ihn so richtig ab, wenn wir das nicht tun, was er sagt, dieses Daniel Parable-mäßig. Aber warum ist die Prinzessin dann eingesperrt und kein Monster? Seit wann tötet man die Prinzessin? Man tötet auch immer irgendwie ein böses Monster und rettet die Prinzessin. Aber wir sind ja das Monster, wir haben so eine... alle, wir sind ja wie ein Vogelfiech. Oder wir sind aus der Erzählungsperspektive des Monsters? Deswegen müssen wir die Prinzessin töten? Und uns der Held nicht erwischt oder so? Ich mach mir noch da keinen so großen Reihen drauf, außer dass der Erzähler Bullshit erzählt. Eben. Wir lassen das Schwert nochmal hier, wir versuchen jetzt sie zu befreunden. Wir versuchen es nochmal. Wir machen quasi das, was wir beim ersten Raum gemacht haben, nur halt ohne Schwert. So, hi. Äh, just checking. Irgendwie, to save you. Aha. Oder wir können doch lügen. Oder wir einfach... Aha, okay. Aber ich will erstmal wirklich probieren, sie zu retten. Ja? 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 Sie sieht schon echt lieblich aus Vielleicht sollten wir nicht mal doch das Schwert mitnehmen Das glaube ich dir nicht Du bist am unvertrauenswürdigsten für mich Ich mag sie Sie ist bis jetzt sympathisch, meistens Die Dämonenform war ein bisschen wert, auch das mit dem Kämpfen war ein bisschen wert Aber du bist dran schuld, dass sie mich getötet hat Du hast mich übernommen und sie angegriffen Das verzeih ich dir nicht, vielleicht wären wir ja noch Buddies Erstmal gucken, was man tun kann Glaube ich nicht Ja eben, ich bin der Meinung des Helden Ne, leider nicht Das hatten wir ja schon Okay, wir gehen nochmal gucken Vorher ist die Tür auf So ist die von Sweet Okay, die Tür ist zu Ist zu Okay Ja, wir sind jetzt beide hier unten Wie das letzte Mal Oder das erste Mal Okay Was geht so ein Plan? Hast du ein Geheimdienst? Da wird noch nie gerichtet Oh nein Oh nein Nein, ich will sie nicht töten Ja eben Das letzte Mal hast du Du hast es verkackt, der Zähler Das letzte Mal warst du dran schuld Für jeden Tag kannst du es Okay Okay, das ist neu Oder Oh, das Bild ist so eklig Das Bild ist eben so Oh, sie sieht fröhlich aus Wie macht die Prinzessin happy? Ist einfach nur froh aus dem Ding raus zu sein Verkack es nicht wie der Zähler Oh nein, er macht das wieder Oh, direkt ausgewichen, oder? Ja Ah, okay Ist das nicht zu spät fürs Warnen? Sie ist doch schon weg Okay Okay, das hat immer Ja, ist aufs Gemüche Okay, das ist das gleiche wie eben Wie, wie es ernst du mal Vielleicht sollen wir jetzt Dann einfach gehen und slay? I tried Hey Gott, so far Oh, oh Hey, man, mein achievement war geschafft Oh, das war's quack Oh, das war's quack Oh, das war's quack She pounces on you With the same animal ferocity She used to tear through her arm But you have a weapon You raise the blade Digging it under her ribs Aiming directly At the heart It's not enough to stop her You feel her claws in your throat Then her teeth Somehow sharp enough To pull apart your flesh And sinew with ease You collapse to the floor Your body unresponsive As your blood pools on the ground beneath you She stares down at your ravaged form Eyes shining in the darkness Dress stained in red As her blood and yours both seeped Das Bild sieht cool aus Okay, sie hätte so wie Eva jetzt anders getötet Und sie ist ja komplett ausgerastet Willst du jedes Mal stärker versuchen? Das ist aber auch kein Pad Also sie hat gewonnen Everything goes dark And you die Okay The beast You're on a path In the woods And at the end of that path Is a cabin Your hair does Das hat mir schon mal Okay Okay Sie wird mich wieder töten Du lügst mich doch an Der wird mir immer so spekt Der der Erzähler Aber er kann sich daran erinnern Also unsere Heldenseite kann sich Auf jeden Fall an das erinnern Was passiert ist Okay Eine andere Stimme Aber es sind immer andere Stimmen Und nicht mehrere Immer was Je nachdem was passiert ist Haben wir eine andere Stimme In unserem Kopf Okay Ja wir gehen einfach hin Wir geben uns zu einem Schicksal Und gehen hin Ja stimmt sie ist schlau Auf einmal Okay Aber es ist nur eine Prinzessin Ist nicht so schlimm Sie wird nur die Welt ändern Aber es ist nicht so schlimm Es ist nur eine Prinzessin Aber die Hütte Sieht auch immer anders aus Ich weiß es nicht Das letzte Mal Ist es nicht gut Was ist ausgegangen Take the blade Mal gucken was passiert Jetzt bin ich gespannt Sie hat wieder eine andere Form Wahrscheinlich Ist sie wieder so ein Teufel Sprüllt sie Ist richtig sauer Welches Ihr redet ihre wahre Form Der Teufel war ja auch cool Ich weiß es nicht Es hat schon gut funktioniert Manchmal können so leise Stimmen Echt Unruhigend sein Langseinflößend Mal gespannt Das sieht gefährlich aus Der hält aber nicht schon mehr da fest Der ist abgerissen Aber das sieht ja richtig gefährlich aus So Weiter geht's Okay Weiter geht's Wer uns getötet Interessante Form Ich fand den Teufel Bis jetzt am coolsten Also der Was ist die zweite The Ferry Aber das hat auch was Gab so Dieses mäßig Und ich hab sie mehr Ist so ein Gestaltwandler mäßig Mehrere Form Wir können noch mal probieren Also wir haben ja Drei Enten auf jeden Fall noch Wir können probieren Sie einfach direkt zu töten Ohne dass es irgendwie Zwischenkampf gibt Weil ich einfach Dass wir gar nicht auf sie reagieren Und sie töten Oder wir können sie einfach Wieder einsperren und gehen Und gucken was passiert Ich probiere jetzt einfach mal Ohne Kommentar Ohne auf sie zu reagieren Einfach sie zu töten Ja wir sind hier Ähm Wir gehen einfach ganz stumm Auf zur Hütte Einfach ganz stumm Stummer Held Wir können nicht reden Wie die meisten Frodo-Organüsten Bei irgendwelchen Spielen Weil es immer schwierig Würde ich mir reden Ähm Take the blade You take the blade Nein runter Ist immer das gleiche Ja ähm Wir sagen nichts Wir reagieren Nichts auf sie Ja Aber ich werde nicht mit dir reden Okay Ähm Ähm Äh Äh Obwohl die können mir auch Verschiedene Sachen ausprobieren Einfach nicht drauf reagieren Wird schwer Gute Drohung Ja einfach direkt Da aufzurenden Ihr guckt ganz schön schockiert Du hast ein Schwert in deiner Brust Das sieht nämlich tödlich für mich aus Pfff Ich weiß nicht Das letzte Mal war sie auch Eine Bestie und ein Teufel davor Vielleicht ist sie gar nicht so tot Wenn sie tot ist Oder der Körper tot ist Nein das war zu einfach Ich weiß nicht Irgendwie Jetzt kommt sie mit der Hecke ran Das stimmt schon ja Wir haben jetzt überhaupt Therapie Jetzt bauen wir aber nicht noch mehr Häuser Wir gehen Okay wir gehen ein Wir können auch gehen Wir haben die Welt gerettet Ich dachte aber es ist eine schlechte Idee zu töten Wir sind im All gelandet Wie zur Hölle ist das passiert Wir haben die Prinzessin gekündigt und sind im All Was ist so ein Henker Soweit die spawnt Ich weiß ja nicht Hier gibt es nicht so viel zu tun Außer Sterne zählen Ja ich hoffe ich habe ein Bestes Rende gekriegt Dann wäre mir ein Ende Liebe als Ewigkeit Kannst du nichts tun Wir sind in einer kleinen Hütte mit einer toten Prinzessin Und im Schwert Irgendwie es führt auch zu einem Ende Aber ich hätte vielleicht Für mich ein bisschen mehr Lebenszeit Und irgendwas zu tun wäre Ich weiß nicht Ich hätte mir die Prinzessin vielleicht leben lassen Sondern wäre die Welt noch da Und hier ist ja nichts Ich habe doch Drogen gesetzt sind wir auch noch Sieht so aus Hast du nicht gehört Wenn wir glücklich sind, sind wir sehr glücklich Ich habe keine Ahnung was der Erzähler uns daheim geflüstert an Drogen Ich mag es hier gar nicht So ohne irgendwas zu tun Ich weiß wie wir hier ausgehen könnten Mir fällt aber es ein, aber es ist nicht so schön Er hat die gleiche Idee wahrscheinlich wie ich Er hat die gleiche Idee wie ich Ja, das war der Bart Es ist weder fröhlich Es ist noch ein schönes Ende Es ist gar kein Ende Es ist nichts Ja, würde das Schwert nichts mit uns töten? Wäre mir nicht dann droht Ja, alles um hier rauszukommen Oder wir bleiben einfach nichts Und warten einfach noch ein bisschen Wir warten noch mal ein bisschen Wollen wir noch ein bisschen warten, komm Ey, stimmt auch wieder Weiß nicht, nenn mir doch mal eines Alice Filiat, Minu Okay Okay, ja, dann Wie geil So ein Painting Oh, wie cool Ähm, ja, das war ein Ende Dann ist wahrscheinlich das andere Ende Uns zu töten Kriege ich das nochmal hin? Einfach direkt, straight up Und dann töten wir uns Und dann haben wir vielleicht ein anderes Ende Ähm, so Ja, das war es so